Sein Signature zu Lami-Trick. Vielleicht zeigt er ihn uns noch. Ein wenig Zeit haben wir noch. Glaubt eine halbe Stunde noch. Und in der werden wir noch mal alles geben. Laut sein für unser Mann aus Deutschland. Nico Schulze, ladies and gentlemen. Come on, Nico. Come on, Nico. Nürnberg hat Back auf dich, mein Junge. Here we go. Nico Schulze. Yeah. Yes, da ist er. Der Tsunami-Backflip in Germany. Tsunami-Backflip. Seine Fersen haben fast das Vorderrad berührt. Das geht doch gar nicht gut aus. Ich wünsche, das können wir vielleicht gleich nochmal in der Slow-Mo sehen. Das war absolut die erste Sahne. Mental. That was mental. Man sieht es auch in den Gesichtern der Fahrer, die dort oben stehen. Absolut irre, was er da gezeigt hat. Seinen Signature-Bug. Das macht immer noch bei der Slow-Mo.